Das öffentliche Stromnetz steht nicht überall und immer zur Verfügung. Wie realisiert man eine unabhängige Energieversorgung ohne öffentliches Netz? Die Formel dafür lautet Kleinwindanlage plus Photovoltaik plus Stromspeicher. Denn Solarenergie reicht nicht, vor allem im Winter. Windenergie ist die perfekte Ergänzung. Wie sieht so eine Energieinsel in der Praxis aus? Als erprobtes Praxisbeispiel stelle ich ein kleines professionelles Off-Crit-System vor, die Smart Base Station. Bestehen unter anderem aus Solarmodulen, Batterien und Mikrowindanlage. Wahlweise eine horizontale Windanlage oder je nach Standort auch eine vertikale Kleinwindanlage. Aber ist die Stromversorgung dann wirklich sicher? Kann so eine Inselanlage bei jedem Wetter zuverlässig Strom liefern? Auch wenn es tagelang zu wenig Sonne und Wind gibt? Wichtig ist dabei die Planung und Auslegung des Systems. Diesen Teil des Videos solltest du nicht verpassen, damit jederzeit eine Stromversorgung sichergestellt ist. Heute stelle ich dir eine kleine Inselanlage als Komplettsystem vor. Die Smart Base Station vom Unternehmen Leading Edge Power. Eine vollintegrierte Off-Crit-Lösung, die Strom für eine Reihe von Anwendungen liefern kann. Entwickelt für den Betrieb von Geräten mit AC- oder DC-Stromverbrauch. Es gibt einen guten Grund, warum ich ein Off-Crit-System gerade von Leading Edge Power vorstelle. Das Unternehmen ist gleichzeitig ein Hersteller von Mikrowindanlagen, die wir in einem Marktreport zu Kleinwindkraftanlagen empfehlen. Wenn du eine Kleinwindanlage in ein Energiesystem einbinden willst, dann muss diese von hoher Qualität sein, damit sie Stürme überlebt. Bevor wir loslegen, möchte ich klarstellen, dass dieses Video nicht gesponsert ist. Ich bin auch kein Mitarbeiter des Unternehmens, das dieses System herstellt und ich bekomme auch keine Vergütung von Ihnen. Die Intention für dieses Video ist es, mal ein professionelles Off-Crit-System vorzustellen. Also keine einfache Hobbylösung, sondern ein von Profis konfiguriertes System mit hochwertiger Kleinwindanlage. Denn, ja, ich denke, da kann man doch auch einiges von lernen. Zum Beispiel, welche Komponenten verwendet werden, wie der Systemaufbau ist und wie zum Beispiel auch die Planung abläuft. Jetzt zu den wichtigsten Merkmalen der Smart Base Station im Überblick. Es handelt sich um ein integriertes Hybridsystem mit Photovoltaik, Mikrowindkraft, Batterien und optional Backup-Generator. Neben den Standardausführungen der Smart Base Station besteht die Möglichkeit, die Systeme maßgeschneidert zu dimensionieren für den eigenen Energiebedarf. Das Klein-Off-Crit-System wird mit Mikrowindanlagen aus eigener Produktion ausgestattet. Windanlagen bis zu einer Leistung von 160 Watt und einem Rotordurchmesser von 1,5 Meter. Darunter horizontale und vertikale Windanlagen. Der Hersteller verspricht eine ganzjährige Stromversorgung bei jedem Wetter. Und das System läuft auch an abgelegenen Orten zuverlässig. Dadurch ist ein unbeaufsichtigter Betrieb ohne Ortsbesuche möglich. Man kann das System aus der Ferne überwachen und steuern. Und sehr praktisch sind die zwei integrierten Masten, entweder für Windanlagen oder andere Applikationen. Das Off-Crit-System ist in einem kompakten Gehäuse vorkonfiguriert, für den einfachen Transport und schnellen Aufbau. Jetzt zu den wesentlichen Komponenten des Off-Crit-Systems. Die Smart Base Station wird mit Windturbinen aus eigener Produktion ausgeliefert. Und die Windanlagen sind für anspruchsvolle Umweltbedingungen entwickelt worden. Im Gegensatz zur Sonne kann Wind eine kontinuierliche Stromquelle sein, die auch nachts Strom liefert. Durch die Kombination von Wind- und Solarenergie bietet das System über das Jahr eine ausgewogenere Stromversorgung. Und standardmäßig wird das System mit einer horizontalen Klimaanlage ausgestattet, die täglich zwischen 0,5 und 1,5 Kilomattstunden Strom erzeugt. Es können bis zu zwei Windturbinen installiert werden. Die Stromerträge durch Windenergie verdoppelt werden. In Gebieten mit sehr starkem Wind wird eine vertikale Klimaanlage empfohlen. Das System wird standardmäßig mit zwei Hochleistungs-Solarmodulen von SunPower mit je 160 Watt ausgestattet. Bei sonnigem Wetter können pro Tag über 1,2 Kilowattstunden Strom erzeugt werden. Maximal können vier Module mit einer Gesamtleistung von 640 Watt implementiert werden. Und praktisch ist, dass die Smart Base Station mit zwei Masten ausgeliefert wird. Die Masten können nicht nur Klimaanlagen montiert werden. Auch viele andere Applikationen, wie zum Beispiel Messequipment, Kameras und so weiter. Wichtig ist, dass die Masten nicht durch Seile gesichert werden müssen, um den Windlasten standzuhalten. Als Standard sind sechs Batterien mit je 120 Amperestunden verbaut, die insgesamt 8,64 Kilowattstunden Energie speichern können. Für eine größere Speicherkapazität besteht auch die Möglichkeit, durch eine Reihenschaltung die Kapazität zu erhöhen. Es kommen industrie-taugliche Deep-Cycle-AGM-Batterien zum Einsatz, die auch bei intensiver Nutzung viele Jahre lang eine zuverlässige Versorgung bieten. AGM-Batterien enthalten keine flüssige Elektrolytlösung und können sogar auf dem Kopf verwendet werden, was sie für den Transport besonders geeignet macht. Jetzt zu den Kleinwindkraftanlagen von Leading Edge Power, die alle in England entwickelt und produziert werden. Wie man sieht, gibt es Kleinwindmodelle ganz unterschiedlicher Bauweise. Als Hersteller von Kleinwindanlagen wird Leading Edge Power seit vielen Jahren in unserem Kleinwind-Marktreport vorgestellt. Der Marktreport umfasst nur empfehlenswerte Hersteller mit hochwertigen und erprobten Windkraftanlagen, die unter anderem sturmsicher sind. Hier alle Mikrowindanlagen von Leading Edge Power im Überblick. Eine Zusammenfassung aus dem Marktreport. Es gibt zwei Windanlagen mit horizontaler Rotorachse, die beiden Windanlagen links. Zusätzlich zwei Kleinwindanlagen mit vertikaler Rotorachse, die beiden Fotos rechts. Die vertikalen Windanlagen kommen nur an Standorten mit sehr starkem Wind zum Einsatz. Wie du nachlesen kannst, sind Leistung und Rotor der horizontalen Windanlagen deutlich größer als die der Vertikalwindanlagen. Entsprechend höher sind die Stromerträge. Die Smart Base Station wird in fünf Standardmodellen angeboten, wie in dieser Tabelle dargestellt wird. In der Praxis werden allerdings oft maßgeschneiderte Lösungen ausgeliefert, die speziell für einen individuellen Anwendungsfall ausgelegt sind. Das erste System, Hub DC, ist für die Bereitstellung von Gleichstrom ausgelegt und die anderen Systeme für Gleich- und Wechselstrom. Was die Ausstattung mit Kleinwindanlagen und Photovoltaikmodulen angeht, haben alle Modelle die gleichen Voraussetzungen. Unterschiede gibt es bei der maximalen Anschlussleistung und der Ladeleistung der Batterien. Zwei Praxisbeispiele für dieses Profisystem zeigen dir typische Anwendungsfälle. Erstes Praxisbeispiel sind autarke Breitbandfunkstationen in West-Irland. Die autarken Übertragungsstandorte decken zwischen 40 bis 50 Kunden ab und ermöglichen Haushalten in abgelegenen Gebieten den Zugang zum Internet. Da diese Standorte zwei bis fünf Kilometer von der nächsten öffentlichen Stromversorgung entfernt sind, ist eine autarke Stromquelle, die von Solarenergie und Windenergie bereitgestellt wird, die einzige kosteneffektive Lösung. Es sind extreme Windstandorte, sodass dort vertikale Kleinwindanlagen zum Einsatz kommen. Die robusten Vertikalachsen-Windturbinen laufen dort seit vielen Jahren ohne Unterbrechung und haben ihre Sturmsicherheit unter Beweis gestellt. Das zweite Praxisbeispiel umfasst Messstationen für die Überwachung der Luftqualität und Schall. Diese können notwendig sein, zum Beispiel an Baustellen, Straßen sowie Öl- und Gasanlagen. Konkret wird die Off-Grid-Stromversorgung vom Unternehmen Turnkey Instruments verwendet, die Umweltüberwachungssysteme anbietet. Für die Stromversorgung der Umweltmessstationen reichen in der Regel eine kleine horizontale Windanlage und zwei Photovoltaikmodule aus in Kombination mit 12 Volt-Batterien. Über die Fernüberwachung und Steuerung werden kontinuierlich Daten gesammelt als Grundlage für Warnungen und Berichte. Das kleine Off-Grid-System wird als rundum-sorglos-Paket eingepriesen. Kann das stimmen? Sichere Stromversorgung nur durch Sonne und Wind bei jeder Wetterlage? Entscheidend ist die gewissenhafte Planung und Auslegung der autarken Stromversorgung. Schauen wir uns an, wie Leading Edge Power hier vorgeht. Zunächst müssen vom Kunden detaillierte Informationen zum vorgesehenen Standort des Inselsystems bereitgestellt werden. Beschreibung der Lage und Umgebung. Liegt der Standort auf einem Hügel oder einem Tal, befindet er sich in der Nähe von Gebäuden oder Bäumen? Das ist nicht zuletzt wichtig für die Abschätzung des Windpotenzials. Anschließend werden Berechnungen für das Potenzial an Wind- und Solarenergie durchgeführt. Dabei wird ein 18-jähriger jährlicher Durchschnitt verwendet, der auf Daten eines Internationalen Meteorologischen Instituts basiert. Hilfreich sind auf jeden Fall konkrete Winddaten für den Standort in einer Höhe von 10 Meter über Grund. Damit die Stromerträge der Windanlagen möglichst gut geschätzt werden können. Die Solar- und Winddaten werden in einem Diagramm zusammengeführt. Dies zeigt die geschätzte Menge an Energie, die über einen Zeitraum von 12 Monaten erzeugt wird. Die rote Linie zeigt den Energiebedarf an. Da die Energieerträge durch Sonne und Wind schwächer ausfallen können, wird das System mit einer Sicherheitsmarge von 25% dimensioniert. Wenn der Energiebedarf hoch ist, kann es sinnvoll sein, Solar- und Windkraft mit einem Backup-Generator zu ergänzen. Dadurch lässt sich der Strombedarf für bestimmte Wintermonate decken, während das System in der richtigen Größe bleibt und die Kosten nicht zu stark steigen. Durch die Autostartfunktion wird der Backup-Generator je nach Ladezustand der Batterie automatisch gestartet und abgeschaltet. Die Autostartfunktion kann so eingestellt werden, dass der Generator aktiviert wird, wenn die elektrische Last die Kapazität des integrierten Wechselrichters überschreitet. In diesen Fällen werden Generatorzufuhr und Batteriebank kombiniert, um die Effizienz zu maximieren. Als Backup-Generator werden Methanol-Brennstoffzellen von Efeu mit 45 Watt oder 110 Watt Leistung empfohlen. Zusätzliche Sicherheit ermöglicht die Fernüberwachung und Steuerung. Mit dem CERBO GX von Victron kann man den Batteriestatus überprüfen, Alarmmeldung empfangen und Systemeinstellung ändern, ohne dass eine physische Präsenz vor Ort erforderlich ist. Dies erfüllt eine wesentliche Anforderung für eine professionelle Stromversorgung. Mit einem Fragebogen werden die Anforderungen der Stromversorgung eines konkreten Projekts ermittelt. Das betrifft unter anderem die Leistung und Nutzungszeit einzelner Geräte, die mit Strom versorgt werden müssen. Die Schritte der Projektierung sind offensichtlich so gestaltet, dass maximale Versorgungssicherheit gewährleistet wird. Und kleine Versorgungslücken kannst du optional mit einem Backup-Generator überbrücken, ohne dass für diese selten auftretenden Situationen die gesamte Anlage zu groß dimensioniert wird und damit dann auch zu teuer wird. Aber wenn du einen Backup-Generator hast, musst du halt überlegen, wie oft muss ich dann doch zu dem Standort hin, um Treibstoff nachzufüllen. Das Problem hast du natürlich mit Solar- und Windkraft nicht. Wenn du wissen willst, wie man für ein Privathaus oder Firmengebäude mit Kleinwindkraftanlage und Photovoltaik maximale Selbstversorgung erreicht, dann schau dir dieses Video hier an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Patrick.